Die neuen Folgen von Alarm für Cobra 11 sind gerade angelaufen. Da sagen wir doch mal freundlich Hallo. Hallo. Fufis Film und Fernsehen in Serie mit dem Typen, der schon 25 Staffeln lang dabei ist und irgendwann vermutlich das Licht bei der Autobahnpolizei ausmacht. Erdogan Atalay. Wie war dein Sommer? Also, ja, wie man das in diesen Zeiten halt sagen kann. Eigentlich ganz, ganz gut. Ich bin ja umgezogen in den Norden von Deutschland. Und dadurch war natürlich meine Ferien, die ich hatte, sehr geprägt von diesem Umzug. Und jeder, der einen Umzug macht, weiß, was das bedeutet, wie viel Zeug man da eigentlich hat, was man nicht braucht, was man schon Jahre nicht gesehen hat. Und dass es eine riesengroße Schlepperei ist. Ich habe das jetzt mit Freunden gemacht und ich hätte natürlich auch ein Unternehmen beauftragen können, aber ich wollte das selber machen, weil ich nicht so flexibel bin, beziehungsweise die Unternehmen nicht so flexibel sind. Und es hat aber ganz gut geschafft. Also ich bin jetzt so ein bisschen, wir sind so halbwegs durch mit dieser Umzugsgeschichte. Jetzt machst du die Nummer mit Cobra 11 ja schon echt 25 Jahre und mehr. Gibt es eine Szene aus der neuen Staffel, wo du sagst, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Oh, das sind wahnsinnig viele, weil dadurch, dass das ja ein komplett neues Team ist, sind da wahnsinnig viele Szenen gerade am Anfang. Also du meinst natürlich jetzt speziell Action-Szenen wahrscheinlich oder so, die einem da... Wir hatten neulich, das war ganz cool, wo ich dachte, wow, wir haben so einen Top Rig, also wo das Auto selber gefahren wird. Und da ist das Auto wirklich haarschhaft an uns vorbeigeflogen, wo ich dachte so, wow, das ist genau das Angerlin, was wir mögen. Das war ja getimt. Aber es sieht geil aus, weil wir halt die Backfront-Kamera haben, die so over shoulder ist. Und dann fliegt er wirklich ganz dicht an einem vorbei. Das sieht super klasse aus. Also das ist so eine Action-Szene, die sehr, sehr schön ist. Ansonsten haben wir sehr, sehr schöne Spielszenen gehabt. Und der ganzen Zeit, weil es ja viele, wir haben das ja ganz umstrukturiert und wir haben, was diese Emotionalität der einzelnen Figuren angeht, die wir aufeinandertreffen. Das war sehr, sehr schön zu spielen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ihr bringt mehr Emotionalität rein. Und deshalb gibt es jetzt auch zum ersten Mal eine weibliche Partnerin für dich, weil Emotionen und so. Wie ist denn Pia Stutzenstein als die Frau an deiner Seite so? Super. Also Pia ist ein echtes Pfund. Also wenn man das so sagen kann. Die ist, ich mag die wirklich sehr, sehr gern, weil sie kann sich in unserer testosterongesteuerten Welt, in der wir ja so leben mit dem ganzen Adrenalin und Testosteron, kann die sich mega behaupten. Sie hat früh auch mal geboxt, hat sie erzählt und so. Und es ist ja bei uns manchmal, es ist ein bisschen manchmal auch ein anderer Ton. Aber die kann sie einfach, die kann auch austeilen und einstecken. Und so, ich habe sie zum Beispiel, was mir sehr leid getan hat, ich habe sie mal, da würde ich sie packen, wir mussten über die Reding springen, weil der LKW kam und so. Und ich hatte so viel Schwung, dass ich sie einfach mit dem Kopf von einer A-Säule geschlagen habe. Und da hat sie gar nicht gezuckt. Also natürlich, klar hat ihr das wehgetan und so. Ich habe mich auch entschuldigt, aber die war dann nicht, oh Gott, aua, 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 null, gar nicht. Das hat die einfach weggesteckt und so, hey, wow. So, ne, und fertig. Und dann war auch erledigt, ne. Nicht, oh, habe ich da eine Beule oder irgendwas, gar nicht. Und das, das finde ich, das schätze ich unglaublich. Also einstecken kann sie, das magst du. Kann sie was anderes vielleicht auch noch, was ihre männlichen Vorgänger jetzt nicht so drauf hat? Naja, also sie sieht natürlich auch aus, wie sie aussieht. Also das ist natürlich klar. Das hat sie ihren Vorgängern natürlich weit voraus, ne. Die Frauen sind einfach das schönere Geschlecht. Das ist halt einfach so. Okay, pass auf, ich formuliere die Frage anders. Wie unterscheidet sich denn ihre Figur von den männlichen Vorgängern? Erstmal ist sie eine Frau. Ach. Das ist ja schon mal ein Unterschied, ne. Und dann hat sie eine ganz andere Vergangenheit. Also wir kann, ich habe das neulich mal beschrieben, dass die Kobra selber war früher in den Kinderschuhen und dann sind wir so wild, Jugendliche, also erst Kinder, dann Jugendliche, quasi wie so ein Lauf durchs ganze Leben. Und wir sind momentan mit den Geschichten, die wir haben, so weit, dass man wirklich sagen kann, wir sind jetzt erwachsen geworden. Nicht endlich, was totaler Quatsch ist, weil ich die Sachen, die wir vorher gemacht haben, sehr geliebt habe. Aber auch das ist eine Stufe dieser Kobra-Welt in diesen vielen, vielen Jahren. Und Vicky kommt sehr erwachsen auch in diese ganze Geschichte rein. Wir wollen natürlich den Humor nicht ganz verlieren, aber ihre Figur, wie soll man das beschreiben? Also das ist, sie ist sehr tough, natürlich, aber das kann sie aus ihrer Sicht mit Sicherheit besser erklären. Also wir haben ja am Anfang auch sehr viele Reibungspunkte. Zuseinander, weil wir uns gegenseitig nicht vertrauen, weil jeder ja so eine Backstory hat von uns, die aufeinander trifft und jeder so ein Geheimnis mit sich rumträgt. Und wir aber ja blind vertrauen müssen, gerade wenn wir zusammen im Einsatz sind. Und dann wird das erst langsam, langsam, langsam aufgedröselt, was da eigentlich alles passiert ist und wo jemand, in was der eigentlich verwickelt ist. Und so gibt es immer wieder Punkte zwischen den beiden, zwischen Vicky und Semir, wo sie zusammenkommen, sich vertrauen und wieder nicht. Also in diesem Wechselbad der Gefühle befinden sich eigentlich diese Figuren permanent. Das klingt spannend. Erdogan Atalay war das. Ihr seht ihn immer donnerstags abends gerade bei RTL in Alarm für Cobra 11. Ganz neue Folgen und schon Staffel 25.